Als Profisportler hat man nur eine Chance erfolgreich zu sein, wenn man wirklich liebt, was man tut. Weil ohne eine echte Leidenschaft geht einem bei dem vielen Training, den Niederlagen oder auch den Verletzungen ziemlich schnell die Luft aus. Das Wichtigste ist, dass man seine Ziele trotz der Schwierigkeiten nie aus den Augen verliert, hart an sich arbeitet und immer an die eigene Stärke glaubt, auch wenn es zwischendrin mal zwickt oder einfach nicht so läuft. Eins ist immer wichtig, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Ich bin Felix Neureuther und mit True Tape folge ich meiner Leidenschaft.